Wir trainieren auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein paar Truppen, würde ich mal sagen. Ja, es ist halt heute so eine Folge, da weiß ich auch nicht genau, was soll ich euch da zeigen? Vielleicht, wenn ihr noch auf jeden Fall geile Angriffe habt oder so, dann könnt ihr mir die auch gerne schicken, natürlich. Oder mir per privater Nachricht das schreiben oder so. Irgendwie, wir werden da schon einen Weg finden auf jeden Fall. Was war denn jetzt hier? Weil, Leute, ich habe ja gesagt, unter das Video schreiben, unter das Video schreiben am besten. Ja, und ach, ich hatte noch einen, einen hatte ich auch noch, und zwar Manu von Clan The Return 3. Ich habe das schon gelesen, natürlich, deine ganzen Kommentare. Das Problem ist nur, du hast das, glaube ich, nicht mit deinem Google Plus Account geschrieben, deswegen konnte ich dir nicht antworten. Also ich habe auf Antworten geklickt, aber es kam, ich konnte dir nicht antworten. Also du bist auf jeden Fall dabei. Also, aber ich konnte, wie gesagt, konnte dir leider nicht antworten, weil es ihm nicht ging. Loot ist mega geil, naja, geht so eigentlich heute bei mir, aber okay. Ja, die Juwelenkiste, die reizt mich jetzt natürlich schon. Schade, dass ich die erst in einem Tag und zwei Stunden mir hier snacken kann. Was haben wir denn sonst noch? Ja, ich hoffe, da bis dahin sammelt sich auch sonst noch so ein bisschen Müll hier bei mir, dass wir noch ein paar Juwelen kriegen. Ich will irgendwann auf jeden Fall mal die zweite Bauhüte haben. Ich habe da schon irgendwie kalkuliert, wenn man sich das mal anguckt. Aber ganz kurz einen Blick auf die neuen Errungenschaften. Also Kriegsbeute habe ich bis jetzt eigentlich noch gar nicht so viel gehabt. Ich dachte eigentlich, das wäre viel mehr gewesen. Na gut, Kriegsbeute sind knapp eine Million. Dann brauchen wir 15 Millionen, dann kriegen wir noch 100 Juwelen. Das ist gar nicht mal so weit weg eigentlich. Verdiene 150 Sterne für deinen Clan in Clan-Kriegen. Bei den Clan-Krieg-Kämpfen habe ich auch noch gar nicht so viel verdient. Eigentlich 14 Stück. Ja, das ist natürlich nicht so pornois. Dann Inferno-Türme kriegen wir vielleicht auch noch hin. Okay, aber das ist ja nicht mehr die neue. Also diese beiden hier unten sind ja die neuen Errungenschaften. Und ja, sagen wir mal, wir kriegen die noch relativ zeitnah hin. Also 300 noch mal drauf. Wären wir bei 576. Dann kalkuliere ich 1000 für die Meisterliga, die ich aber wahrscheinlich eh nicht schaffen werde. Ja, deswegen weiß ich nicht genau, wie man hier die fünfte Bauhütte ohne Geld sich ersnacken soll. Also es wird auf den Wind schwer. Das wird schwer. Der eine war ja schon aus dem Clan-Champions-Liga oder wie das heißt. Oder? Warte mal. Champion, ja. In der Champions-Liga. Alter Schwede, ey. Da wird auch gar nicht mehr differenziert, ne? Boah, heftige Scheiße. Heftige Scheiße. Außer der Anführer sind die relativ schifft. Ja, aber der zweite ist auch noch relativ gut gewesen. Wir können ja da mal eben gucken. Wenn wir uns jetzt mal den zweiten angucken. Peter G2. Na ja, also finde ich jetzt eigentlich auch noch relativ gut. Und er baut jetzt seine Clan-Burg auch schon auf 6. Na ja, genau. Uiuiuiuiui. Die müsste ich vielleicht auch mal noch ausbauen, damit man da wirklich mal mehr noch reinpacken kann. Habe ich erst auf Level 4. Und ihr seht es, ich habe nur 700.000. Oh, ich habe noch einen Schweinereiter da. Top. Ja, kann man leider nicht so ganz. Ich habe noch den zweiten. Format. So, ja, würde ich sagen, ähm, ich weiß nicht, warum hat denn auch keiner, warum hat denn hier keiner vorher eine Wiederholung? Mann, 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 Mann. Ich kann gerade eigentlich gar nicht so viel machen hier. Ähm, deswegen überlege ich gerade noch, was ich euch noch zeigen soll, aber ich zeige euch, glaube ich, einfach nochmal einen coolen Angriff aus dem letzten Clan-War. Ah, 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 ah. So, Details. Denn vielleicht hat ja auch einer noch was Gutes gemacht hier. Oh, boh, 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 boh. Ah, Renteles wollte ich noch angucken. Genau, Renteles noch, was er da gemacht hat. Und er hat zwei Sterne geholt, natürlich. Das war natürlich, äh, doch um einiges besser als mein Angriff. Er ist außen die Bauhütte gesnackt, auf jeden Fall. Das ist schon mal nicht verkehrt. Und dann gucken wir mal, was er sonst noch gemacht hat. Ja, gut, er hat natürlich auch einige draußen stehen gehabt, wo er, wo er nicht dran kam mit seinen Bogentürmen. Weil die Bogentürme nicht ganz so hoch waren. Na, jetzt kommen die Magier. Ja, die kümmern sich relativ zeitig um den... Alter, die gehen aber auch echt gut ab, die Magier. Ich bin ja gerade dabei meinen auf... Oh, ein Golem-Angriff. Top, hab ich ja noch. Hab ich doch noch ein Highlight für mein Video. Ja, lieber Renteles, wenn du noch ein paar mehr Angriffe hast, immer her damit. Ähm, du hast ja schon ein paar mehr Truppen ausgebildet als ich, auf jeden Fall. Jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt kommt dann nämlich mit seinem Schwulen... Mit seinem Schwulen Scheiß da an. So, jetzt kommt noch der Barbarenkönig hinterher. Alter, sogar noch ein Pekka. Cool. Aber ich sage, nicht schlecht. Bin ich aber gleich mal gespannt. Aber der Magier... Kann der Magier eigentlich den Luftballon angreifen? Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, durch die Heilzauber passiert dem nicht ganz so viel. Das ist schon mal gar nicht mal schlecht. Ja, und so mal eben schnell zwei Sterne gesnaggelt. Mit einem Pekka und mit zwei Golems. Das ist nicht schlecht. Ja, und das sollte ich vielleicht auch mal upgraden. Ich bin ja gerade noch dabei, wie ihr das ja hier seht, meine Kaserne abzugreifen, dass ich da dann noch einen Heiler machen kann. Weil ich auch eigentlich kein großer Fan bin von Drachen, muss ich wirklich sagen. Aber komm, wir gucken uns mal eben noch den zweiten Angriffe von Renteles an. Oder falls er überhaupt angegriffen hat. Ähm, bo-bob-bom-details. Korte on Seen. So, das war auf jeden Fall Angriff Nummer 1 von Kollege Renteles. Wir gucken mal einfach mal runter. Ich weiß gar nicht. Es war glaube ich sogar der... Kann sogar, seit er so nur einmal angegriffen hat. Da wurde er angegriffen. Naja, die waren aber auch echt schon, muss man sagen, relativ stark beim Angriff. Also, das war schon, äh, ja. Oh, Hellboy hat 6 Sterne geholt. Das ist natürlich stark. Ja, hab ich leider nicht geschafft. Muss ich, Schande über mich. Gucken wir einfach mal. Ja, war nicht ganz so gut. Aber gut, natürlich Rathaus Level 6. Aber trotzdem gut, wenn man 6 Sterne holt. Aber gut, die, ja, die Magier, die sind ganz schön nervig. Das muss ich sagen. Aber okay. So, jetzt wird der Außen erstmal weggesenken. Ich spule mal ein bisschen vor. Beziehungsweise lassen wir auf viel facher Geschwindigkeit laufen. Da sehen wir, ja, die sind, wenn du keine Luftabwehr hast, sind natürlich die Ballons relativ effektiv, muss man sagen. Also wahrscheinlich gute Gegnerauswahl getroffen. Und so, ja. Hat sich das dann natürlich auch gelohnt. Wenn du keine Verteidigung mehr hast, dann kannst du natürlich relativ schnell das alles wegmachen, ne? Und so ist es ja dann auch passiert. Na gut. So. Ich hoffe, wir sind jetzt endlich mal fertig und können nochmal einen Angriff selber starten heute. Magier 5, bla 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 bla. Was haben wir denn hier? Wir haben auf jeden Fall einen Heiler. Äh, 99 Grad. Ich glaube, das wird auf jeden Fall nichts mehr hier mit einem eigenen Angriff. Aber okay. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zugucken. Und ja, die nächste Folge wird auf jeden Fall eine, die nächsten beiden Folgen werden auf jeden Fall Special Besuchsfolgen mit Areto. Und ja, ich bedanke mich natürlich schon mal an alle, die immer unter die Videos, ähm... Bissche heiße oder so. Weiß ich jetzt auch nicht. Obwohl ich ja eigentlich, ähm... Soweit ich das sehe, eigentlich keinem was getan habe. Und immer eigentlich sehr freundlich eure Bases auch mir angucke. Ähm... Ähm...